Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Island. Es geht weiter. Wir haben jetzt letztes Mal hier mit Oma Torres gesprochen. Die Oma Torres. Und, ähm, er hat aber noch was zu sagen. Amigos, ich höre, dass es mehr Survivor gibt in der Lifeguard Tower. Achso, ja. Kannst du mir helfen, da zu kommen? Wenn du das tun, dann gebe ich dir diese Waffe. Ich versuche, ein Schuss nimmt eine Mabba, die Pendejos. Ah, unsere erste Schusswaffe. Cool. Eskorte für Oma. Hilf Oma, zum Rettungsschwemmerturm zu gelangen. Schwierigkeitsgrad einfach. Gibt 600 EP und einen Revolver. Ja, das war's für die Medu, oder? Ja, ja. Ähm, wie heißt die Question? Eskorte für Oma. Die taucht bei mir halt. Ah, jetzt ist er auch taucht. Einfach mitlaufen. Der rennt halt dummerweise schon direkt vor. Nein. Er muss mal irgendwie vor ihm hin. Ich glaube, der rennt auch immer ziemlich stupide durch die Gegend. So, dich hauen wir mal platt. Und take that. Geht er einfach nicht auf uns her. Hört er da unten? Ich geh mal grad ein bisschen vor und, äh, Ja. Dass er mir nicht irgendwo reinrennt. Ja, ich will euch nicht ablaufen. Ich hab den hinten einfach aufgehalten. Jetzt rennt er. Oh, jetzt rennt er aber. Natürlich genau die... Rechts kommt einer. Ja. Ich nehm mir den. Wow. Autsch. Alter, die hat mich platt gemacht. Ich hab ne Waffe. Diese Olle hat Messer. 299 Euro. So, ja. Äh, ich hab ihn aus den Augen verloren, weil ich im Zombie verbringte. Ja, er kommt gleich wieder. Wenn du gerade ausläufen musst, du gleich wieder bei ihm sein. Ja, ich seh. Wird auch. Ja, seh ich euch auch. Oh, da schreit jetzt jemand. Und weg. Jetzt rennt er wieder. Einiger. Der Picker der A. Äh, was ist? Der Picker der A. Ich hab gedacht, die, äh, ist noch nicht tot, deswegen hab ich weiter draufgekommen. Wo ist Oika? Hinter dir. Achso. Ich vergisst. Ja, das war's ja schon. Mehr glaube ich kommen gar nicht. Da unten sind vielleicht noch ein paar. Ja, komm, brauchst du. Huch. Jetzt rennt er wieder. Ja, der hat bei mir gerade irgendwie so einen Henkel gemacht. Der ist auch vorhin irgendwie ganz genau auf dem Rand von dem Pool vorbeigelaufen, dass er gerade nicht ins Wasser gefallen ist. Ja, der hat's einfach drauf. Ja. Ja, gleich gewiss sind wie ein Berserker. Bestimmt mal Seiltänzer im früheren Leben gewesen. Naja, er heißt Omar. Jaja. Boah, teure Upgrade-Kosten. Alter, Frau Walter. Sehr schön. Okay, wir reden nochmal mit ihm. So, dann gib mal Schnabre hier. Ah, toll, noch verformt Revolver. So, eins, sechs, fünf. Ja, ich muss mal gerade irgendwas wegschmeißen dafür. Moment, bitte nicht das Ding aufnehmen. Ja, meine macht 216 Schaden. Ja, super. Warum bekommen die dann Waffen, die halt überhaupt nicht zu unseren Dingern passen? Äh, das liegt daran, dass ich einfach Stufe 23 bin. Ach so. Ja, du kriegst halt dann auch bessere. Du kannst meine Waffe auch erst benutzen, wenn du Stufe 22 bist. Äh, super. Ich krieg ja kein Boni drauf. Du hast ja sechs, du hast jetzt so und so und dann plus irgendwas, ne? Verstehen. Beim Revolver noch nicht? Ja. So, mal gucken, was kann ich upgrade. Okay, den Revolver werde ich jetzt aber nicht upgraden, oder? Nee, du kriegst dann auch noch wesentlich bessere. Aber, komm mal zu mir. Oh, und Stufe 21 Messer, toll. Du kannst den ja trotzdem schon mal mitnehmen. Ich brauche ihn ja nicht. Kannst du für eine, oder ich erst mal schießen, solange. Ja, wie du willst. Kann er ja eh nicht benutzen. Ja, dann gib mir so lang. Machen wir so. Also, ich halte eine Stufe 22. Besser, guck mal, wie stark mit deiner Waffen sind, sonst kriegst du den. Ja, dann nimm doch deinen zu schießt mit dem. Ach, schau, ich mach ja mal Schaden. Also, ich kann nicht mehr Schaden. Holger, was? Ich kann dir ein Wässer geben, dass ich nicht nutzen kann. Ja, wo liegt der denn? Ja, da. Ach, da. Ich hab nichts gesehen. Da ist doch nur ein Schuss drin, ey. Na, super. Ja, das ist sowieso. Also, im Moment, ich würde die auch nur nicht benutzen, weil Munition halt. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt Munition findet in dem Bereich. Also, ich hab hier, hab ich ein Messer abgelegt. Hier, wo ich springe. Draußen, äh, wo das Auto steht. Das ist für Stufe 21. So, was verkaufe ich jetzt? Falls dich das interessiert. Oh, äh, nein, nicht mal. Hete will ich nicht verkaufen, dies geht. Baseball-Schläger. Nein, ich hab jetzt gekauft. Scheinbar haben wir den Teddybär schon gefunden? Ja, den hab ich doch, hab ich ja eben gesagt. Ich hab den doch schon längst, ja klar. Irgendwie, ganz untergekommen, ja. Schlecht. Okay. Die legen ja auch an, dauernd irgendwas. Die Mülltonnen. Naja, die, die Mülltonnen und Taschen sind immer wieder vor. Ja, ja, die, die regenerieren sich, in Anführungsstrichen. Ja. Da gibt's, ich hab mal nachgelesen, da gibt's ja irgendwie einen Trick, dass du dir irgendwie die Sachen voll aufwerten kannst, wenn du von einem Ort zum anderen irgendwie gehst, weil sich das dann regeneriert. Ja, ja, das kann gut sein. Ja, ich hab den Reptide. Du hast, äh, 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 das haben wir ja gemacht, wir hatten, das war ja bei uns so, wir, äh, in so'n kleinen Dörfchen da gewesen, bei Reptide ganz am Anfang noch. Und bei einem ist es ja immer abgestürzt, und, äh, der wollte da nach der Ursache gucken. Und dann haben wir halt eben da gewartet, und ich bin die ganze Zeit von einem Punkt da, einmal rund um das Dorf gelaufen, halt immer gelootet, immer gelootet. Da war, dann direkt schon beim nächsten, denn, der, der, äh, die Sachen wieder neu gespawnt, total krass. Hab ich schon wieder ein Eigenbaumesser? Wer hat jetzt ein Messer weggeworfen? Das war ich, wo ich ein Ding, äh, äh, geben wollte. Ich steh'n zurück? Äh, das war in Level 21. Aber das ist Stufe 21, ja. Ja, genau, deswegen wollte ich dir ein Ding geben, äh, ja, Olka? Ja, Olka? Olka, ja, genau. Ja, bitte? Meist ihr gleich was runter? Mir? Aha. Ja, das hat sie aber von mir. Ja, da. Ach gut, Dankeschön. Okay, also, den Tettelbär haben wir auch. Seltsam, der hat nicht alles, was er braucht, ich hab noch zwei Alkohol. Achso, leere Flaschen fehlen mir. Alter, jetzt steig auf diesen verdammten Fahrersitz. Ich glaub, ich bin auch. Die ist ja schon weg, oder? Achso, der ist ja alleine hier. Na, gleich haben wir... Nein, ich hab' nicht weggestorzen, eiskalt. Ja, also... Ähm, okay. Wem muss man den Scheiß jetzt noch zurückgeben? Den Tettelbär müssen wir jetzt halt wegbringen. Ja, jetzt verstehe. Boah, das Ding fährt sich ja irgendwie scheiße. Ja, was glaubst du, warum es so scheiße ist, damit zu fahren? Ich glaub, einer wie ist vorher damit gefahren. Ja. Sie sind so ruhig wegen dem Kasten. Den Wagen bin ich noch nie gestoßen. Dafür gehen wir in den Bus. Der ist noch größer, der ist noch größer. Ja, das ist deswegen noch ein Grund mehr, dass man da gegenfährt. Oh, ich glaub, wir müssen hier raus. Super. Ich park mal auf diesem Zombie da. Was war das? Welchen Messer? Ich hab' noch nichts geworfen. Da, da ist eins. Da. Ja, das ist schwächer. Warum kann ich das jetzt? Küchenmesser, das ist los gewesen. Ne, das war. Ich folge eigentlich nur Eukon. Und warum habe ich einen schweren Baseballschläger? Hey, hast du die Kiste hier eigentlich geplündert, die in dem Rettungswagen ist? Bitte? Ja, der hat der Marker spinnt grad'n bisschen. Also im Rettungswagen ist ja wieder so ne Kiste, äh, wo wir die kriegst zwei brauchen. Was macht der Marker? Also hier ist ein Quest. Bei mir. Ah, hier. Da ist doch. Ja, hier, ich bin bei, bei, Dings. Ja, wappel mal. Ja, ich warte noch. Ach, da. So, jetzt bin ich, Alter. Gut. Teddy! Wo warst du denn? Du bist ein schlechter Junge. Sag' dir Dank an die lieben Leute. Okay, schön. Jawohl. 500 EP. Und einen neuen Bauplan. Ah ja, stimmt. Du wolltest ja Wasser haben. Oh, danke Gott. Oh, danke Gott. Hab' ich ja auch. Oh, tschüss. Hölzen und Muttern. Was kann so Wasser da mal abgegeben? Wir machen einfach noch ein schwarzes Blinderstärmer als mehr. Oh, ich hab doch so irgendwie mit dem irgendwie umgehandelt. Ja, mit mir. Ich glaub' ich hab keins mehr, oder? Ja, ne, ich bin jetzt auch leer. Na, leer. Ja. Ja. Haben wir ordentlich Geld gemacht. Ja, ja. Ja. Und ich mein, ich hab jetzt wieder zwei, sechs. Das ist gar nicht, wie viel hab ich denn. Oh, ich hab 6000. Eins, drei, sechs. Aber ich war auch eben blank. Ja, dann machen wir die Hauptquests mal weiter, ne? Hm. Oh, geil. Haben wir sonst eigentlich auch nix mehr. Ja. Zu tun. Ich steh' hier vor den, vor den Items und lauf' daran vorbei, auch lustig. Also, ich hab' was mitgenommen. Ich hab' was mitgenommen. Nee, Spiesi, du bist grad dran, du standst grad davor, hast reingeguckt und bist weitergelaufen. Dann war's irgendwie, hat er's wahrscheinlich noch nicht angezeigt. Also, ich hab' was mitgenommen da drin. Ja, vielleicht. Vielleicht kann das jeder. Hey, vielleicht steht auf? Nee, in Riptide kann das jeder für sich. Hat jeder sein eigenes Blut. Hier muss man sich teilen. Level ab. Oh, der hat ein Messer. Aber hast du schon wieder ein Level? Ach, keine Ahnung. Herausforderung, mehr einen Platschkopfschuss. Äh, ich hab' schon wieder so ein 22er Messer aufgesammelt. Was? Jetzt hab' ich bestimmt Alkohol in den Händen, oder? Ja. Ja, ich hab' hier jetzt vor mir hab' ich's fallen lassen, irgendwo. Ja, Küchenmesse da. Ach, das ist Küchenmesser. Ach, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Willst du mal was von mir haben, was du nutzen kannst? Ach, das machen wir nachher mal, ich mein' ich hab' aber auch gar nix großartig. Können wir schon mal ein Zuckermesser haben, aber das ist selber gar nicht geil, dass ich mich selber behalten. Boah, meine Ausgleiche ist mal wieder weg. Wo ist denn der? Ich hab' einem Typ 218 Schaden gemacht mit nem Tritt, weil ich ihm in die Eier getreten hab. Ja, das tut mir. So ist so. Ach, jetzt hab' ich den scheiß Alkohol aufgenommen. Ja, jetzt muss man... So, jetzt zur Tanke. Obwohl, hier unten war doch irgendwo ein frisches Auto. So, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, da unten, wo der eine Typ war, der gesagt hat, oh mein Gott, ich wurde gebissen. Ja, hier. Hübs. Hüb. 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 Hoa... Du bist kuller. Hüb. 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 Huh! Hüb. nur alkohol in der hand ich steig mal aus und hatte ich schon wieder so viel leben ja glaube ich ein bisschen beschwitzt aber auch nicht anstelle ich bin betrunken ja gerade nicht das auch ein beifahrs ist kannst du das handfach kotzen und wir sitzen wieder hinten ja auch hier sind die natürliche Rang offen doch hoch hat er vor allem zeigen sie schön wie die Männer nicht Auto fahren können hey du bist hier noch gar nicht gefahren also ja die die gar nicht fahren können sollen hier ruhig sein ich kann auch fahren ich fahre nur nicht so unterschiedlich und angeben bringt es nicht so diesmal habe ich jetzt den Bus netterweise stehen lassen ich sehe gerade nichts weil stimmt da wir schon mal ein saftig das haben wir schon aufgeladen hier auf das Ding so raus hab ich genug für Raserei ne leider noch nicht ich auch ich habe dringend natürlich auch dringend ein ähh aufstieg ich habe im übrigen gerade Raserei gezündet ja habe ich gesehen hier wäre ein schwerer Stock hier ist die Stufe 3 ich komme da drin das Ding oder was oh hallo Schätzchen hier sind auch energy drinks oder snack okay auf jeden Moment so wo war die drittstufe da hier da ist ein schwerer stock der liegt jetzt hier auch hätte das jetzt nicht trinken sollen hier okay jetzt lasst mich mal meine Messer wieder einkommen Schaden anrichten das Taschenmesser hier wäre noch ein Stockmesser ist glaube ich auch Waffe hast du jetzt nicht zwei bitte hast du jetzt nicht zwei wie zwei Stockmesser aber ich habe es jetzt einfach mal genommen weil es Stufe 18 war und du konntest es ja nicht nehmen oder hier ist noch eine Kiste die zu ist ich nehme mal gerade schon mal den Fruchtsaft mit Alter das macht übelst Schaden das Teil hier ist Dietrich 1 ich lege es mal hier auf das frische Auto im Messenschlag Ring das ist was für Fisi ja ich komme mal ich habe den Fruchtsaft hier auf das frische Auto oh Errungenschaft freigeschaltet ja ich habe den Training ähm das könnte erst nicht schlecht und vielleicht auch erklären warum wir ähm Level Up hatten was ich jetzt auch noch machen muss jetzt komm nimm das Ding auf achso ich bin wahrscheinlich voll was kann ich ihn wegschmeißen äh so auch ein Behinderstand halt ähm ähm da bist du ja du kannst du haben hier macht 142 Schaden du kannst du da haben ach so die Lichter ah da liegt du so mal hier noch irgendwas du kannst ne das ist Stufe 21 kann ich leider nicht geben das wird dir nix bringen oh ich äh willst du noch ne sichel haben äh und ich stehe davon wieder alle auf uuuh ich hab hier in Orangen den Schraubenschlüssel gefunden so viel 15 ich bring ihn mal mit naja das wär glaub ich eventuell was für mich ja deswegen ich bin draußen ja ich auch jetzt also wir treffen sich bei dem Auto und fahren mit dem frischen Auto hier weiter würde ich sagen ja ja äh ja äh wie willst du noch ne äh sichel haben äh ja warum nicht also hier der Schraubenschlüssel hat 223 Schaden 305 Wucht das ist wahrscheinlich für dich entscheidend mhm ja das ist auf jeden Fall besser als das was ich hier im Moment rumfliegen hab sichel liegt hier so ja ich muss erst mal äh äh ach da ne ich konnte noch was ich da ist schafflose böse sicher so dann jetzt mal hier ja und hinter dir ist der Hammer den hab ich grad weggeschmissen braucht es keiner nö äh mit Hammer kann ich eh nicht viel anfangen wenn ich verkaufe naja theoretisch soll ich mal wieder fahren dann fahr ich mal wieder dann würde ich sagen bringen wir den untergebt fahren wir schon mal zu anderen ne wir sind ja direkt die Nücke direkt zur nächsten fahren ja ja gut dann fahr grad schon mal können wir da hoch ja müssen wir ja auch ach man ich seh nix ich hab irgendwie Angst oh ein guter Fahrer ich kann fahren ey ich bin auch mit schlecht gefahren äh hier sind wir aber noch nie gefahren ne das ist ja auch ein neues Gebiet jetzt ne das heißt der andere ist jetzt zu oder wie nein nein das ist kein neues Gebiet ist ein neuer Teil ja ja wie fährst du die nochmal hast du Wegpunkte ja gut weil ich nicht mehr ich nicht ich hab sie noch da vorne äh ist was oh die Frau die hätte ne Aufgabe gehabt ja ja das machen wir in der nächsten Folge dann warten wir hier grad mal passt nämlich grad ganz gut bumm ach ja genau die Frau ist das Autos lenken sich teilweise echt scheiße ne ja deswegen ey ihr braucht mir nicht immer vorwerfen ich kann nicht fahren du kannst doch nicht fahren hey aber fahr die rum boah so dann werden wir dir mal der nächsten Folge helfen vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle ja ja genau und bis zum nächsten Mal bis dann tschau tschau